Hi, ich bin Marius, ich stelle heute mal was vor. Und zwar ein Produkt, das auf den Namen Klingo gehört. Und damit kann man ein Smartphone ganz einfach darauf befestigen. Und das fällt dann auch nicht runter. Als bombenfest. Außerdem haben wir hier unten ein Gewinde eingelassen, um das Ganze zum Beispiel auf ein Stativ zu schrauben. Wie wir hier sehen können. Können wir das Ganze ganz einfach auf ein Stativ schrauben. Das Ganze mal wieder unten. Natürlich kann man sagen, dass die Klebefläche nicht mehr klebt. Dann muss man das Ganze einfach nur unter einem Wasserhahn abspülen. An der frischen Luft trocknen lassen. Und danach klebt das wieder wie von selbst. Ich bin beeindruckt von diesem Produkt. Auch dass man das Smartphone hier drauf klemmen kann. Das hält echt richtig bombenfest. Wenn ihr das hier bei diesem Video zugeschaut habt, habt ich bis bald. widespread. Damit um ein...